Hallo Netsch, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es natürlich ein cooles Aftermovie von der Nacht der Helden. Ich freue mich nach zweieinhalb Jahren endlich wieder hier zu sein und deswegen viel Spaß vom Video. Film ab! Musik Viele Menschen sterben mit jedem Schritt und Tritt. Würde mich ja nicht beschweren, doch sterben allverwandte Seelen mit. Es sind Menschen wie wir, die gerade alles verlieren. Ertragen kann man sicher nicht, wenn das Lebenswerk zerbricht. Lockdown Es macht uns krank, was diese Zeit von uns verlangt. Lockdown Die Seele brennt, die Welt hat sich der Angst geschenkt. Lockdown Es macht uns krank, was diese Zeit von uns verlangt. Lockdown Die Seele brennt, die Welt hat sich der Angst geschenkt. In dieser Zeit wird jeder krank. Und sei es nur ein Seelenbrand. Kulturbedürfnis unterschätzt. Der Teufel seine Messer wetzt. Wir zeigten Menschen gern zu leben. Waren gut in gute Laune geben. Die Frage fest verankert im Gebet. In welchem Sinn das Leben uns versteht. Lockdown 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 Es macht uns krank, was diese Zeit von uns verlangt. Lockdown Die Seele brennt, die Welt hat sich der Angst geschenkt. Lockdown Es macht uns krank, was diese Zeit von uns verlangt. Lockdown Die Seele brennt, die Welt hat sich der Angst geschenkt. Lockdown Es macht uns krank, was diese Zeit von uns verlangt. Lockdown Die Seele brennt, die Welt hat sich der Angst geschenkt. Lockdown Das ist so krank, was man hier von uns verlangt. Die Seele brennt, die Welt hat sich der Angst geschenkt. Lockdown 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 Remember who you are